Bevor das Video losgeht, aboniert diesen Kanal und liked das Video. Viel Spaß! Gegner gebrochen, alte vier inklusive. Gegen City sieht das Ganze dann nicht anders aus. Havertz-Golasin. Der Gegner will in die Pause. Vorher geben wir ihm noch einen mit. Werner, Havertz und Tor. Das bedeutet nächster Sieg und drei Punkte. Noch zwei Spiele, also zwei Siege. Auf geht's! Wieder gegen City wird Werner geschickt. Kurz vorgelegt. Tor. Widerstand ist gegen uns zwecklos. Werner, drüber auf Zierich. Noch mal vorgelegt. 2-0. Ab ins Menü. Ragequid. Der Nächste bitte. Gegen PSG zeigt sich unser US-Amerikaner von seiner besten Seite. Geile Annahme. 1-0. Das darf gefeiert. Werner. Eine kleine Kombination. Werner startet. Kimpembe hat Angst und zeigt Respekt. 2-0. Nach 20 Minuten. Pulisic nimmt hier Marquinhos-Hops und holt den Elfmeter. Unsere Nummer 11. Ganz frech. 3-0. Was macht Akadi hier mit uns? Und WOW! Zeit ist zu Ende zu bringen. Pulisic. Kimpembe rutscht nach Afghanistan. Willkommen in Division 9. 4 Spiele, 4 Siege. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr bleibt dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bis bald. Ciao, ciao! Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video. Video!